Mini-Pinsel im 10er Set. Da kann man ganz viel mitmachen. Ein Punkt Farbe mal auftragen, Lederkleber verteilen oder an einer Naht mal entlang gehen, zwischen den Stichen einer Naht nochmal nachfärben oder, oder, oder. Gutes Hilfsmittel, immer gut, wenn man das parat hat, kann ich nur empfehlen. 10er Set macht auf jeden Fall Sinn.